Hallo und herzlich willkommen. Wie seht das sieht aus wie beim Megaprojekt, falls Sie es schon geguckt haben. Ja, genau. Das soll auch so sein wie das Megaprojekt. Und ich weiß, es ist nicht das Megaprojekt, aber es soll so erscheinen, als wäre es das Megaprojekt sozusagen. Und jetzt habe ich wieder meine Leiste. Ich weiß, ich habe drei Level, das hier habe ich auch alles auf Survival gebaut, gerade eben. Und deswegen habe ich auch hier ein Crafting Table und ein Geheimversteck, ein Bett. Aber das Bett, wo ist denn das? Ah, hier, hier noch so eine Kiste, Swing, Apple und Bodenschaufel. Ach, was habe ich denn hier für einen Scheiß in meinem Inventar, das dürfte ich gar nicht drin haben. Okay, ich habe ein bisschen gecheatet. Nein, ich habe nicht gecheatet, aber das soll halt so aussehen, als wäre es das Megaprojekt. Und deswegen habe ich auch hier den ganzen Müll im Inventar. Ähm, also jetzt lasst euch nicht davon abstreiten. So. Äh, das Bett gehört natürlich mir, deswegen hole ich das erstmal mit. Hm, 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 hm. Zack, zack, zack. Alles andere mache ich, äh, mache ich, baue ich mir dann extra. Bam, bam, bam. Da hinten ist ein Schaf, jäääää, wuhu, Schafe. Bam, patz, papp, 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 papp. Hey, hallo. Hallo. Wieso ist die? Bam, zack. Und. Ich habe ein Schafwort nicht gekillt. Ich habe nicht gecheatet, falls es manche nerven, ich habe alles in Zweifel abgebaut. Hier habe ich gerade eben, weil ich kein Holz hatte fürs Tor. Es soll Megaprojekt werden, aber nur ich alleine. Alter, jetzt geht es mir abweicht um den Zack. Oh ja, stimmt. Zack. So. Und. Zack. Hey! Was ist das denn hier für ein Scheiß? Gib mir mal nur ein Holz. Zack. Nimm es auf! So. Let's start. Bumm. Ey, hallo, was geht denn hier ab? Und. Zack, da haben wir schon ne Spitzhaken. Ey, was macht das Schaftaufnehmen? Na. Natürlich! Nirgends wo ein Stein. Das ist auch mal super. Ah, so hier habe ich noch ne Höhle. Äh, ich wollte es aber hier Video nicht zu lange machen. Und deswegen mache ich auch jetzt, wenn ich mir ne Spitzhaken aus, ne, ja, Spitzhaken aus Stein gekraftet habe. Da schon wieder auf! Und. Da! Da!